Er ist ja ein EU-Bürger, in der Kanadien und er hat zwei Passports, Englisch und Kanadien. Er hat sowohl Englisch als auch auch eine Kanadische Staatsbürgerschaft. Ich weiß nicht, ich kann jetzt halt groß weiterhelfen, deswegen... Der ist jetzt hierher, der sucht Hilfe bei Justiz, weil er da anscheinend von verliebten Rechtsanwälten auf den Tisch gezogen wurde. Er hat auch hier alle mögliche Unterlagen, auch von der AOK, mal Krankengeld, anlässliche Arbeitsunfähigkeit, eine kalendertägliche Nettozahlung von 81 Euro, steht hier was. Er hat verschiedene Unterlagen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihm jetzt helfen kann, was ich machen kann. Ist jemand da, der bei euch da ein bisschen was... Bei mir sitzt er gerade im Zimmer, ich kann mal mit ihm hochgehen, da kann er... Okay. Ja gut, das kann ich auch nicht, ja. Okay, alles klar. Bis gleich. Okay. This is a colleague from me. Yeah. A woman. Yeah. And she has one problem, she doesn't speak English. So you can try to... She has no other colleague, he tries to translate. Okay. In here? We go upstairs to her. No. No. She didn't, she was an ABBA, so she... No. She was an ABBA, so she... ...